Was hat die UE-architechnisch noch geändert? Also das zu meinen, ähm, zum anderen die ganzen Items haben sich geändert ein wenig. Und zwar, ähm, die Laufrollen, die Flugrollen, die Angriffsrollen haben jetzt so eine kleinen Symbolchen dran. Ähm, bei Bufffood jetzt nicht so wenig, bei, bei, ähm, Pötten eigentlich auch nicht. Erstmal links von uns. Fangen Sie mal glatt. Ja, der hier mal kreisen tut. Ah, Förder, Widerstand. Naja. So, hier auch wieder aufpassen, hier steht noch dieser Jäger. Ach ja, wir sollen doch... Ui, was hat denn der für Flügel? Bist du schon runter? Oh. Was sind das für Flügel, Leute? Hallo, ihr Asmus. Sagt mir mal, was sind das für Flügel? Schreibt mir in die Kommentare. Die sind doch... Ne, das sind nicht die Standardflügel. Sondern ist mit Blau mit was drin. Ich will ihn mal anklicken hier, verdammt. Ich krieg ihn nicht. Na, nimm mein Target. Ja, ne, dein Target sehe ich nicht. Verdammt, kannst du gucken, was für ein Level? Mach mal Inspect bei ihm. Hallo, hallo. Äh, Arcanu Schwingen hat er an. Okay, ne, aber... Level 42. Okay. Ja, da wurden wir auch drauf hingehalten, dass wir doch mal die Level gucken sollen, bevor wir sie Leute töten. Scheint du jemanden zu sein, der Geld hat? Alles auf plus 15 Crit. Ich geh stürme derweil weiter. Aber die Ringe... Naja. Und die Kettenhelmer da. Das riecht das auch auf. Puh. Ja. Aber die Arcanus schwingen, hier sind die... Okay. Wo kommen die her, ist denn eher doch die Frage. Sie sehen gar nicht mal so schlecht aus. Zumindest wie er so im Tod am Boden lag. Äh... Was hat ihr gerade erzählt? Vielleicht sind das irgendwelche Schwingosen-Schupp. Ja. Wahrscheinlich. Kann sein. Weiß ich nicht. Kisk setzen. So. Gehen wir hier direkt runter. Ich müsste eigentlich auch mal... Ist das jetzt eigentlich möglich mit 3,5 schon mit dem Flügel tauschen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Weil die sehr komischen, pinken, hässlichen Dinger hier wegmachen, ne? Versuchen wir auf dem Kopf zu landen. Ah, verdammt. Na da... Au. Hat sich gerade erledigt. Bin schon unten zu weit gewesen. Komm runter. Ich stell mal. So, hier. Das mit den Schriftrollen und so, ne? Überall ist ein kleines Symbolchen dran. Bufffood nicht. Ähm... Was noch? Ach ja. Die... Stickmen. Hier falsch. Da richtig. Äh... Stigma. Die Stickmen haben eine neue Optik erhalten. Kleine mal gucken, wie die beiden Gladio schauen. Ja, die sollen angelehnt sein an irgendwie, ähm, den Stigma, was die können. Hinterhalt. Naja. Schneller Vertrag. Naja. Naja. Keine Ahnung. Oh, was ist denn hier mit der Maus? Die, 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 die. Die Mucke ist ja cool. Kann ich nicht beurteilen. Müsste mal die komplette Musik nochmal organisieren. Ich hab schon viel von Ion als Musik. Für die Aufnahmen und so. Aber noch nicht alles. Haha, du hast geedit. Warte. Warte mal. Ich häng nicht mal der Wellen bei dir dran. Oh. Außer ich werd hier von irgendeinem blöden Kyros. So. Warte. Folgen. So. Kannst. Ich hoffe, das Bild leckt jetzt nicht so wirklich. Haha. Ich bin grad auf dem zweiten Monitor. Ach ja. Gottsteiner. Gottsteiner haben auch jetzt ein kleines Minisymbol drin. Blutung hat zum Beispiel so einen kleinen Bluttropfen. Äh. Blend ist mit dem Auge. Vergiften ist mit so einem Totenkopf. Und so weiter. Und ich bin abgegangen. Ich hänge. Ich hänge. Hä? Ich hänge. Verdammt. Lö. Loll, Mann. Warum hänge ich? Höh. 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 Dammit, ey. Höh. Ich hänge. Lass mich doch mal... Warte mal. Zieh mir mal einen Mob her, bitte. Ich hab ne Idee. Naja, bitte meine Reichweite. Äh, ist doch deine Reichweite. Was? Ne. Dann komm mal hierher, wo du den eben gelegt hast. Aber da stehe ich. So. Danke. Peter. Peter. Was? Was denn? Ja, ich hatte eben gerade eigentlich dran gedacht, dass wir ein Duell hätten machen können, aber du kannst ja nicht ziehen. Wäre es ein Templer gewesen, wäre es gegangen. Na, ich weiß nicht. Wo hab ich denn gehangen? Wo hang ich denn? Von deiner Seite her eben. Ja, wo stand ich denn? Hier. Und ich war aber eben hier, ne? War das hier? Ja. Hier ungefähr. Hm. Ja. Naja. Äh, lol. Was, lol? War doch keine schlechte Idee, oder? Sonst hätten wir es hier abbrechen müssen. Äh, wieso? Qua... Hä? Wieso? Naja, wenn ich hier nicht rauskäme, hätte ich mich wegporten müssen irgendwie. Hättest du auch einen Mob hinziehen können und du hättest dich dann... Sterben lassen. ...billen lassen können. Ja, genau. Die andere Variante gefiel mir gerade ein wenig besser. Also musste ich nicht sterben. Kommt noch alles. Ja. So, ich häng mich nochmal nochmal. Zweihweise an dich ran. Zack. So. Okay, Gottsteine. Da, 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 da. Stigma, das hatten wir schon. Oh, halt. Halt, halt. Diese blöde PDF-Datei. Was ist noch neu? Was hatten wir hier? Äh, ähm... Instanzen. Die, äh, nicht-Spieler-Charaktere NSCs wurden einige neu aufgestellt, hingestellt. Was auch immer. Äh, Gegenstände, Housing, Quests. Es wurden Quests geändert. Gehen wir mal auf Seite 17. Kann ich eigentlich auf Seite 17 direkt gehen? Arena, blablabla, da war immer was Interessantes. Verteidigung, das ist das. Items, ja. Housing. Wieso ist das anders sortiert in der, äh, wie ist oben in der, in der, äh, ja. Keine Ahnung. Ich schalte mal raus. Ich hab mal grad nach rechts geguckt. Wieso? Wuscht. Ah, verdammt, ich find das jetzt grad nicht hier. Wie wir wieder mal völlig vorbereitet sind, ey. Du hast ja auch mal wieder so viel zu erzählen heute hier. Ja. Ja. Wieso? Knülle. Knülle? Wie? Wovon? Von Onanieren. Äh, okay. Hahaha. Okay. Äh, äh, ich weiß nicht. Äh, ein bisschen erkältet und so, ein bisschen, generell, ein bisschen. Hier war ein Mob tot. Also ist keine 10 Minuten her, dass hier ein Asthma ist. Der hat mich gesehen und ist umgefallen. Der Mob. Ja. Ja, ist klar. Vor lachen. Hahaha, hallo. Umgefallen, ey. Vor lachen, auf jeden Fall. Ja, add du dich mal hier durch. Ist okay. Dann muss ich nicht adden. Hier sieht das irgendwie anders aus. Kann das sein? Ne. Oder täuscht? Ich schluf noch grad ein bisschen anders. Werte? Ähm. Hinter uns. Unten. Oh, das war Glück gehabt. Nein. Über uns. Rechts. Sitzt einer. Äh, im Hide. Mach Hide zwei. Ja, verdammt. War falsch. Verdammt. Schattenschritt. Ne, Junge? Ach komm. Bäm. Scheiße, Widerstand. Das sind die Standardflügel. Dreißiger oder Vierziger. Ähm. Werteile an Belohnung. Hat aus. Was aus? Detail am Fröcker hat er aus. Ach so. Okay. Ja, jetzt hält sie aus. Hast du. Ja. Diesmal unten. Diesmal unten, ja. Wo denn? Da. Ein Gladi Templar? Templar. Ja, wie er erst mal hier zu dem Mob läuft, hallo? Einfach nur episch, ne? Ja. Aber vielleicht, äh, Bot? Fragezeichen? Keine Ahnung. Mit, äh, an sechs. Oh, bist du. Ja. Ah ja, wie ich schon ewig mit den Asser hier schon nicht gespielt habe. Erstmal die falschen Skills hier gezündet gehabt und so. Ja, na ja. Passt ja. Ähm. Keine Ahnung, wo lang lauf ich denn jetzt? Hier lang. Wir waren doch mit 3.0 nicht hier drüben. Doch. Also für mich sieht das hier, äh, 3.0-like, äh, anders aus. Also, ha. Ich weiß es nicht, ey. Ohne Scheiß. Keine Ahnung. Wir waren 3.0 war mir schon definitiv rift. Ja? Ja. Ha. Na ja. Viel passiert zwischendurch. Viel passiert. Ich würde ja gerne hier weiter Patch Notes gucken, aber... Das ist halt ein bisschen blöd mit Laufen und so. Wir müssen mal deine Freundin dazu in Weiden. Die liest dann die Patch Notes vor. So wirst du eher weniger. Ja. Ach, wahr. Wieso? Ein bisschen weiblicher Charme hier im TS. Oder ab jetzt gesagt im LP. So was wollen wir nicht haben. Nee, oh, was, hallo? Wie redest du über deine Freundin? Alter, was? Zu agro. Zu agro. Schlimmer als du? Ich bin agro. Du bist agro? Nee. Was? Ich bin ganz chillig. Ganz chillig. Ihr merkt, wie er da sich ein bisschen drückt und so, weil sie sitzt gleich nebenan irgendwie und dann... Denkt mal, sie sollst nicht mitkriegen, dass wir gerade über sie reden, oder was? Ja, auch. Ist da jemand? Oh, Mann. Ach ja. Herrlich. Du musst mir später mal das Video sagen, dass ich mir das alleine angucke. Alter, hast du ja gerade mal die epische Luftkombi gerade gesehen? Du bist unten, ich bin oben drüber. Ja, kann ich machen. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie ich glaube, wir sind höchstens in der zweiten Aufnahme oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja. Äh, Patch Notes. So wie das ganze Thema der ganzen Display, äh, PvP-Reihe sein wird jetzt hier. Zumindest dieser. 3.5. Auch wenn das die ganze Zeit schon läuft. Und ihr es alle schon kennt. Wir reden ja nur drüber, was wir der Meinung sind. Ob das okay ist, ne? Oder? Aber bis jetzt hast du noch nichts gesagt darüber. Wollen wir hier mal rechts? Jojo. Jojo. Ich lasse dich hier laufen, das war schon. Aber wieso, Alter? Du bist der Redner. Ich sage nur ja und Amen. Ich sage nur ja und Amen. Keine eigene Meinung. Du warst gerade nicht. Ja, war mir klar. Was wollte ich sagen? Ach so, Patch Notes. Immer wieder von vorn. Aber, weiteres gut. Smilies wurden jetzt in den Text eingeführt. Genau, Smilies. Äh, hier unten, links, Smilies. Man hat sie vorher schon gehabt, aber huch, da kommt eine SMS. Ja. Ähm. Man konnte sie ja vorher per Emotes quasi von außen reinholen. Äh. Ey, vielleicht kommen jetzt Asmos. Wenn mal. Ach so. Stimmt, das könnten sie ja sehen. Haha.